Nuh, 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 nuh. Ich war selten so schlecht. Ich glaube, er hat noch nicht mal 10 Kills. Schon? Es ist immer so traurig, dass ich die Abmahn immer zum Abmahn habe. Aber es führt tief zu Usager. Ich glaube, sie sind erwähnt falsch. Ich habe nur einen raschvollen Wipplash gehabt und... Yossi hat das Plattulant. So einfach eine Schmuchtung. Die Flog von Soldaten hat mir doch mein Wipplash. Und Yossi hat das Plattulant mit Flotten entfernt. BAM! Das wäre so nett, wenn man die Flog von Soldaten hat. Wenn man die Flog von Soldaten hat, dann würde er explodiert sein. Hör! 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 Hör, du! Was bekommst du im Finale? Oh nee! Ansehen. Ja, sie sind sehr streng. Ja gut, ab und kalt! Wieso waren wir sie in der Kote? Ja. Aber ich hatte Lust. Ich habe den ganzen 3 Dächten ab. Alter, der f***t Phaethon. Ich glaube, er hat es hackt. Der Phaethon. Der Specht wird nicht mehr aus sein. Der Phaethon sollte eigentlich mal ein Ding nehmen. Von Hongoose ist es unendlich ein 1. Er hat so neid in die Beissungen während des Spiels. Ich glaube schon, aber ich weiss nicht, ob das noch funktioniert. Funktioniert. Wir verlieren es jetzt wieder. Ja. Das ist wirklich das Einzige, das man nicht schafft. Das ist was? Das Einzige, das immer wieder kommt. Weisst du, jede Runde ist eigentlich all nein easy. Du musst einfach ein bisschen Bosse killen und im Normalfall schaffst du das. Aber dieses hier, wo du die Garage verteidigen musst gegen Gegner, die einfach in der Garage sparen, ist voll schwer manchmal. Und? Moment. Wie, wie habe ich ein Gewinner sein? Wie? 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 Hm. Wo hast du so neb? Äh. Ja, will der andere jetzt mal joinen, oder nicht? Ja, aber vielleicht sollten wir heute raus. Ja, dann ganz schnell raus. Sind wir draus? Nein. Ah, bin ich Chef? Ja. Äh. Ähm. Können wir da ein wenig Rackpacks kaufen? Ja. Kann ich ihn jetzt einladen? Irgend so. Oh. Invite to game. Reaper Armor. Seeker Interpret. Forge Monitor. Ich glaube es nicht. Sie haben Waffe Skins gemacht, die aussehen wie eine Pizza mit Salami drauf. Eine Pizza mit Salami drauf? Ja. Schon? Du kannst genau so gut... Du kannst genau so gut... Pinky Dildos... COD... Und... Was? Das ist so das, was ich mit COD verbinde. So viel kreative Freiheit bei deinen Waffen, dass einfach komplett ein Bullshit dabei rauskommt. Eben... Leute, die irgendwie Pinky Dildos auf ihren A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Hey! Ja, wir können sonst im Fall weiterfahren. Alter, der ist 82! Nicht schlecht! Jetzt habe ich noch viel... Fired Team Grimms? Nice, Stings! Ja, die lange Ladezeit! Ja, die lange Ladezeit! Du bekommst eigentlich einfach den Krampf in den zwei Fingern, den du die ganze Zeit hin- und her-deinsen bist. Ja, trotzdem. So, als hätten sie schon rechte Kaderns drauf. Hey, Yano ist StarCraft Pro, oder? Das misst sich nämlich daran, wenn ich filmen, dass er auf drei Knöpfe kaum eine Hacker-Minute... ...nicht um Aktionen, die tatsächlich etwas bringen. Incoming Prometheans! Contact! Off the fire! What the heck? Fast fire! Prometheans warping in! Shields are back! Huuuuu! Huuu! Stattdämmght! NEIN! Huuu! Huuu! Alles Mögliche. Der von Olympiameister in den Nights verschliesst. Hey, hey, das ist ein bisschen fett hier. Das ist ein geiler Skin. So ein ODST-Skin mit Flammen drauf. Das ist total geil. Der Top auf der Plattform ist ja gerade zwischen zwei Stunden. Ja, gut. Der sieht wirklich nice aus. Richtig nice. Räume. Red confirmed. Incoming Promethean Threat. Bäh. Red confirmed. Promethean Threat materializing. Oh ja, natürlich keinen Hates mehr. Ich dachte, fuck, sind die jetzt nicht mehr so paddelt? Oh ja. Ich werde mich zu dem Säpfer schüren. Er. Und dann würde ich es auf. Oh ja. Ich werde mich zu dem Säpfer schüren. Ich habe mich zu dem Säpfer. Ich habe mich zu dem Säpfer. Ich werde mich zu dem Säpfer schüren. Es sind sowieso gegen die gleichigen, wie der Promet. Tja. Okay. Jetzt habe ich auf einen Gegner geschossen. Eine kleine Salve vom BR. Und ich bekomme weiss nicht wie viele Kills. Ja irgendwie, wenn sie sich selbst zerstören am Ende. Ja, das ist nicht okay. Oh, nein. Ah, nein, nein. Oh, heil. Ja, nein, nein. Ah, das ist das. Genau. Äh, äh, äh. Das war dann noch der B, von dem ich bei einem anderen im Stream bin. Und der sagte, ihr seid eine Scheisse. Und ich habe dann gesagt, äh, ich möchte gerne mit spielen und erzählen, was eine ist. Und dann drei Spiele lang erste gewesen, weil sie dann rausgeworfen. Nein, ich bin nicht dabei gewesen. Aber du hast gestern einfach keinen Leuten belegen auf Twitch. Ich war irgendwie zu Beginn auf Twitch gewesen und dann sah ich, dass der eine am Halo 5 zockete und sah, dass ihr eine wirklich schlecht gewesen war. Richtig schlecht. Und dann... ...an Linie... So eine Dummheit, das geschrieben. Und dann bin ich wirklich drei Spiele lang, einfach alles random zusammen, bin ich erst gewesen. Und zwar weit ab erst. Dann hat sie mich gekickt. Ja, was soll es gehen? Fies. Ja, Leute streamen es für das Entertainment, nicht für... ...und dann am nächsten Level. Ja, sie hat, sie hat alle, sie hat alle nur gemeint, ja, das ist sicher irgend so ein Dude, wo das Gefühl hat, er sei nur gut. Und so, aber ja. Du hast auch nur das Gefühl, er sei gut. Ja. Aber schlecht bin ich trotzdem. Aber schlecht bin ich trotzdem. Und zwar nicht so eine krasse Statistik wie hier, aber... ...und zwar nicht so eine Krasse Statistik wie hier. ...und zwar nicht so eine Krasse Statistik wie hier. Ah nein, ich wollte nicht sagen, ich sei das bessere. Wieso hast du das? Aber ich hatte ja nicht eine höchere, der will ich besser wissen, das ist der Krasse Statistik. Ist das die Herbe einfach gekommen? Das ist jetzt fast in der Fosse. Hmmm... Was? Ja. Was? Waaat? Ney? Waaat? Waaaaat? Waaaaat? Waaat? Waaaat? 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 Das ist nicht gleich so cool. Ey, wie viele Fritsperr! Das Basin ist da noch hinten, dass ich ein Schiess. Ja, denn der Flash soll da mal drauf kommen. Bam. Ich finde es echt nice, wie die Hülse aus der Schiess.